Last time. Ich glaub, der ist illegal hier in meinem Team, aber der hat sich so gut eingespielt, wo ich dann sag, fuck it, ich nehm ihn trotzdem. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Aber wieso weißt du das? Da, 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 okay, schau auf. Meine Damen und Herren, heute steht das Viertelfinale der Asien-Qualifikationsphase an. Heute spielen Inasuma Japan und Shamjir um den Sieg. Shamjir ist ein schnelles Team, das ihre Gegner nicht ruhen lässt. Das wird ein interessantes Spiel. Wird sich Inasuma Japan auch dieses Mal den Sieg holen oder wir Shamjir die Chance ergreifen? Los, Falco! Buddy. Sie ist gekommen, um mir zuzusehen. Hey, Buddy, ist jemand gekommen, um dich anzufeuern? Äh, nee, lass es. Kampf! Ich hab auch dran gedacht, Joey. Sagt mir Bescheid, wenn ihr so weit seid. Wir müssen noch ein bisschen, äh, lachen über das Wort Kamm. Buddy benimmt sich seltsam. Ich hoffe, ihm geht es gut. Super Voraussetzungen, ihn ins Team zu packen. Nicht, Leute? Wir zeigen euch die Macht der arabischen Löwen. Meine Leute sind an den Rändern etwas rau. Und innen genauso. Hey, Inasuma Japan, lass uns heute ein bisschen Spaß haben. Halt es! Egal, was geschieht! Halt es! So kann man sich auch hochhypen. Via Rettich. Können wir dieses Spiel endlich starten, nach 50.000 Jahren? Ja. In Ordnung. Tut mir einen Gefallen. Haltet euch von weiteren Problemen fern. Der hat anscheinend noch nie mit Kindern gearbeitet. Die machen es jetzt erst recht. Buddy muss teilnehmen. Haben wir schon gemacht. Also, let's go. Erwin und Buddy? Okay. Jo, let's go. Oh, das ist aber viel, Jubel. Okay, das wird spannend. Das Spiel wird Spaß machen. Aber es geht auch um unsere Zukunft. Lass das Viertelfinale beginnen. Let's go. Gleich mit dem Spielstart hin. Das will man doch sehen nicht. Touch, bin bereit. Are you ready? Let's go. Let's go. Dann haben wir Shakir. Trägt das Tuch, um modisch zu sein. Aber jeder hält es für eine Bandage. Irgendwie niedlich. Dann haben wir Amir. Trainer von Shamshir. Startet seine Angriffe immer aus der Ruhe. Das kann sicher nicht schaden. In der Ruhe liegt die Kraft, meine Lieben. Seizuei-Stadion. Are you ready? Meine Damen und Herren. Mit Inosuma-Japan-Panzer-Anstoß. Beginnt das Spiel. Jetzt auf das Spiel konzentrieren. Buddy. Ich hole mir den Ball. Oh no. Don't do it. Ich habe ihn. Jawohl. Ich werde Ihnen den Unterschied unserer Fähigkeiten zeigen. Spezialtaktik Sandsturm. Oh no. Das hat aber wenig mit der Ruhe des Trainers zu tun. Die starten ja voll durch. Verdammt mich. Welche Kraft. Das ist also Shamshirs Spezialtaktik. Ölfonteine. Und ich merke gerade, ich habe vergessen zu switchen. Goal. Oh. Das erste Tor erzielt Shamshir. Oh nein. Die erste Hälfte fängt doch gerade erst an. Das wird die Stimmung ändern. Shamshirs Löwe aus Arabien. Was für ein unglaublicher Schuss. Es fängt gerade erst an. Wir müssen nur zurückpunkten. Oh. Let's go. So. Und jetzt vergesse ich es nicht. Darf ich mal starten? Joll. So. Und jetzt will ich auch effektiv sein. Effektiv wie ein Turnschuh. Und rein die Kugel Wektor. Wolle gleich durchstarten oder Schattenschlag. Schattenschlag sollte ausreichen. Come on. Das wird das Tor. Give me the 1 zu 1. No. Warum denn? Aber wir könnten schon sehr auf den Ball haben. Aber er setzt was ein. Den Wüstensurfer. Das ist ja dumm. Alter. Wenn daraus jetzt nichts wird. Ach come on. Wo war da ein Faul? Richtig gekauft den Schiri hier. Ja natürlich. Das Spiel cheatet doch. Das kann doch nicht sein. Schon wieder dieser Zweikopf hier. Let's go, Falco. Du bist doch schnell genug, oder? Ah, nee. Ich bin so blöd. Ach. Come on, Falco. Die 160. Das schafft er doch nie. Yay. 1 zu 1. Let's go. Yay. So. Nutzen wir die Chance, um gleich nochmal ein Tor zu schießen. Und ich habe sogar einen Plan, wie wir das anstellen können. Weil ich glaube nicht, dass wir so viel Zeit haben werden mit der Init-Leiste. No. Alles umsonst. Let's go, Buddy. No. Das ist ein Repräsentant. Bring mich nicht zum Lachen, Schwächling. Schwächling? Hast du mich gerade Schwächling genannt? Und was, wenn? Ah. Was? He dead. Foul. Buddy hat ein Spieler angegriffen. Hm. Dieser Buddy ist ein interessanter Typ. Oh no. Ich habe es wieder getan. Buddy, warum hast du... Buddy hat Angst. Was? Ich verstehe ihn, weil ich auch Angst habe. Angst? Wovor hätte ich Angst? Lasst Judy in Ruhe. He dead. Ich versuchte Judy zu schützen. Ich sollte sie beschützen, aber... Er hat Angst, dass alle weggehen. Ich verstehe ihn. Ich bin genauso. Schaut an unser Mädel. Sie macht den Mund auf. Meine Damen und Herren, Shamshir setzt das Spiel mit ihrem Freistoß dort. Wieder gleich zum Alien. Let's go. Und probieren wir es mal so. Ich habe echt Bock mal drauf. Mal schauen, ob das was macht. Rapid Feuer. Ja, Riccardo meldet sich schon mal. Und ich glaube, da in der Mitte vorne ist auch unser Werther Heer. Herr Victor. Fortissimo. Kritisch sogar. Nochmal ein Kettenschuss. Jetzt hauen wir mal die Kugel so richtig rein. Let's go. Nochmal Schuss. Wir haben noch einen. Nochmal und nochmal. Wer hat noch nicht? Wer will noch? Let's go. Der geht rein. Der geht rein. Seht ihr, warum unser Niter-Nizianit ist? Und dann nutzen wir die Chance gleich, noch ein Tor zu schießen. Let's go. Nicht hier hin. Nicht hier hin. Sondern hier nach vorne. Komm, Victor. Victor. Geh halt rein ins Tor. Ja, ins Tor sollst du rein. Und hast du noch... Du hast keine Kraft mehr übrig. Das wird das nächste Tor. Let's go. Let's go. Nach anfänglichen Problemen läuft es wieder. Auf dieser Welle will ich reiten. 3 zu 1 gebe ich mich schon zufrieden. Entschuldige. Bist du verletzt? Hm. So ein schwacher Tackle könnte mich niemals verletzen. Schwach. Ein Feigling wie du kann nichts anderes tun, als sich auf Gewalt zu verlassen. Du bist wirklich erbärmlich. Du sagst es, ich sei schwach. Ich zeig dir, wie schwach ich bin. Buddy, hör auf. Spiel weiter Fußball. So wie wir. Ich werde ihn nicht gehen lassen. Ich bin stark. Ist es wirklich wichtig, stark zu sein? Stark sein ist besser als schwach sein. Uga, Uga. Was ist jetzt stark an dir? Was? Ich dachte, habe ich ihn jetzt erwischt. Lass uns in der zweiten Hälfte ruhig spielen. Okay. Richtige Assis. Ich habe es wieder getan. Was hast du wieder getan? Arvion, lass uns unsere Spielzüge in der zweiten Hälfte von Buddy fernhalten. Bitte warte. Das ist... Buddy wird in der zweiten Hälfte weiterspielen. Trainer. Aber so werden wir nicht gewinnen. Wir führen nur 1. 3 zu 1. Diesmal muss er auf der Bank bleiben. Aber ich verstehe da auch den Trainer. Buddy muss seine Probleme irgendwie in den Griff bekommen. Und das tut er nicht, indem man ihn rausschickt. Hast du mich falsch verstanden? Buddy wird in der zweiten Hälfte weiterspielen. Das ist alles. Ich kann nicht noch mehr Ärger bereiten. Buddy, du erinnerst dich noch daran. Beginnen wir mit der zweiten Hälfte. Japans Hartnäckigkeit ist unglaublich. Man kann echt sagen, dass es ein würdiges Spiel auf Augenhöhe ist. Ist das nicht eigentlich auch ein Faul, was der die ganze Zeit macht? Das ist ja provozieren. Im echten Fußball kriegt man ja sogar eine gelbe Karte, wenn man beim Jubel irgendwie blöd zu den anderen Zuschauern irgendwas macht. Nein, diese Leute versuchen nur zu provozieren. Zandsturm. Aber das kann jetzt ja wohl blöd enden. Na, Ricardo ist da. Ich hab nix gesagt. Ich wollte schon sagen, wir haben ja keinen Torhüter, der eine Technik drauf hat, ne? Und ihr wisst, was ich wieder versuche. Es hat beim ersten Mal so gut geklappt. Jetzt wird's doch sicher auch wieder gut klappen. Come on. Ricardo ist der Erste. Fortissimo. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Energie flöten geht. Aber Erwin ist unser Ehrenmann. Der kommt gleich zur Hilfe. Weil ich glaub nicht, dass jetzt allein dieser Schattenakrobat reichen würde. Wir brauchen nochmal Erwin-Schokolade! Was ich aber bei den Kettenschüsse immer merkwürdig finde. Es wird ja hier uns immer unser Lies, unser Nied gezeigt als Schütze gerade. Aber es ist der Letzte in der Kette, der das Tor bekommt. Finde ich irgendwie schade. Wie die Innit-Leiste schon wieder gefüllt ist. Tja, was jetzt? Mehr als provozieren könnt ihr nicht. Das ist unsere Chance. Los! Und das ist natürlich kein Foul. Du versuchst es wirklich hart. Aber wie viel kannst du einstecken? Bis du endlich einschnappst. Was macht der Schiri? Hallo! Augen auf! Das ist ein aggressiver Angriff! Shamsir begeht ein Foul! Dieser Spieler, die gehen aggressiv auf Buddy zu! Buddy! Naja... Als ob so ein schwacher Abschaum gegen uns gewinnt, bringt mich nicht zum Lachen. Wir sind ja nur 1 zu 4 hinten. Mach schon! Mach schon! Komm her, Feigling! Aber so offensichtlich, wie die jetzt hier sind, müsste eigentlich der Schiedsrichter eingreifen. Ich bin nicht schwach! Ich bin stark! Ich wurde stärker! Meine Freunde loben mich, wenn ich stärker werde! Wird mich nicht mal verlassen! Ich kriegt ein Metal-Breakdown! No! Judy! Du hast keine Chance zu gewinnen! Ich bin stark! Ja, boh, was ich... Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin... ...mach bin ich stark! Ich bin... Ich bin... ...dokon! Ich bin... ...dokon! Ich bin... ...dokon! Ich bin... ...dokon! ...dokon! Das ist dieses Problem, die du gesagt hast! Das ist das... ...dokon! ...atmuch... ...dokon! Das ist das nicht wirklich Symbol! Ich bin allgemein im Angst. Ich bin stolz, aber... ...de ich glücklich schwach... Ich bin wirklich stark! Ich bin wirklich sehr stark, und so... ...dokon! Birisanko, ich bin mir... ...d Verdammtszeichen... ...dokonig... ...mach wie immer... Das ist... Oh Gott, ich bin mir... Das war die Rüh. Ich musste mich nicht mehr an, aber ich habe den Rüh. Ich habe den Rüh, der Rüh war ... Die Rüh war ich nicht, ich bin nicht so klein. Ich wollte Rüh. Aber ich habe mich nicht sicher, was ich für mich. Ich wollte mich nicht immer mehr so sagen. Ich wollte mich nicht mehr leben! Soto-chan? Soto! Ich schreit. Ich schreit. Ich bin sehr schwer. Schau! Auf die Fresse gehen? Please? Schade. Was ist das? Ich habe mir das Gefühl, dass ich 1 mm verstanden habe. Na, Kapitän! Wir machen den Sack-Hai! Na, los geht's! Los geht's! In it Leiste füllen, da können wir doch sicher 2 Tore schießen. Wenn Falco den Ball entgegenrennt. Please! Come, buddy! Yeah! Kommt ihr mal bitte jemanden? Wie alle vom Tor wegrennen? Ja! Das ist das nächste Tor! Ich rieche es! Und... Overhead! Buena! Indie-Frazen damit! Haha! Und Buddy hat sogar den Play gemacht. Den Ball abgenommen und dann den Assist gemacht. Ich rieche es. Was habe ich mit einem einen Traum? Kusaka, Diyu! Ich bin echtes, was ich! Werbaut! Ich bin jetzt nicht besser alsろう. Ich bin jetzt nicht mehr von uns. Ich bin zu ihm. Du bist eben nicht? Juhu! Buddy! Jetzt geht's los! Werd nicht übermütig! Fresse halten! Juhu! Buddy spielt tatsächlich Fußball in dieser Form. Es scheint, dass er jetzt in der Lage ist, diese Form zu kontrollieren. Oh, Inazuma Japan konnte mit Buddys Hohlkopfnuss punkten! Ja, schöner Schiff! Erstaunlich! Hast du das gesehen? Das ist der wahre Buddy Fury! Juhu! Buddy, du hast es geschafft! So, du kannst nach vorne latschen, Arion. Du holst dir den Ball, please, und schießt die erste Kugel rein! Ich glaube, mit Victor hätte ich auch noch genug Chancen gehabt. Weil der Torhüter scheint auch schon alle zu sein. Egal! Let's go! Sieben eins! Und da hört es nicht auf! Das ist jetzt genug tun. Die haben so die Fresse aufgemacht. Und jetzt kriegen sie eine die Fresen. Und jetzt kommt Buddy dran! Mit seiner Kopfnuss! Das ist so eine lächerliche Attacke, aber ich liebe es. Let's go! Wir haben wieder sieben Differenz. Jo! Ob wir mehr schaffen? Und er wird nach vorne, das war ein bisschen zu weit. No! Oh, oh! Oha, oha! Ist dies possible? Komm! Jo! Das ist ja noch geiler! Wir haben nur acht Punkte vergeudet. Oh, das freut mich! Oh, yeah! Und es ist das 9 zu 1! Zweistellig werden wir doch sicher, oder? Seht ihr, warum ich den nicht mehr loswerden kann? Obwohl der illegal in unserem Team drinnen ist. Den kann man doch jetzt nur ins Herz schließen, oder? Aber das wird zweistellig, Leute! Das wird zweistellig, Leute! Yeah! Let's go! Und... Doch! Die 10 ist voll! Wichtige Schmechlinge, oder? Ja! Ich bin zufrieden! Pfeif ab! Ich habe meine Antwort gegeben. Auf deren Verhalten. Und alle Leveln hoch. Ist das nicht schön? Und das war der Schlusspfiff! Damit ist es so... Das war übrigens... Buddy, wir haben es geschafft! Das war spitze! Kapitän! Das hat Spaß gemacht! Ne? Hat Spaß gemacht, die Leute nur so auf die Fresse zu gehen. Oder? Oder? Können wir wiederholen? Beim nächsten Mal, oder? Wirklich? Ja, spiel mir Fußball! Yo! Ich dachte, ich beschützte meine Freunde. Aber eigentlich habe ich nur mich selbst geschützt. Ich hatte nur Angst, dass mich alle verlassen. Hm. Das Team kommt jedes Mal besser zusammen, wenn wir spielen. Und im Zentrum steht zweifelsohne... Ja, oja. Allerdings. Mich hat's auch gefreut, dass dieser schwachsinnige Torhüter auch draußen war. Das war ein schöner Tag. Danke, dass du gekommen bist, um mich anzufeuern. Selbstverständlich. Schließlich will ich, dass du bei Inasuma Japan dein Bestes gibst. Verstehe. Ich war über vieles besorgt, aber ich musste einfach kommen. Buddy, kannst du es noch einmal sagen und diesmal wirklich? Judy, ich mag dich. Egal, was kommt. Ich sollte da mal wieder. Nicht der Clown schon wieder? Zuerst Cherries, dann Falco und diesmal ist es Buddy. Sie haben damit gerechnet. Dies ist die Basis für ihr Vertrauen. Ihre Macht ist noch nicht ganz erwacht. Was meinen Sie? Das werden wir sehen. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, Trainer. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Oh no, nicht das. Ich fühle dich, Trina. Ja, aber das war es mit dem Spiel. Für heute. Da haben wir denen richtig in die Phrasen gegeben. Das freut mich. Und beim nächsten Mal starten wir in Kapitel 4. Ein weiterer Spin erwartet uns. Spin Nummer 2. Ah, so knapp vorbei. Aber take ich. Item passt mir sehr gut. Jetzt, wo wir sehr viele neue Teammitglieder haben. Das ist ein bisschen wichtig. Das ist ganz schön wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde das. Das ist ein bisschen zu schnell.